Oh ja, der Ogre. Was hat der denn zu sagen? Macht keinen Ärger, da muss ich dir nicht den Schädel einschlagen, ganz einfach. Dürrwälder, Stammesangehörige. Ja, die haben alle nichts mehr zu sagen, denke ich mal. Höchstens vielleicht die Jäger hier. Nö, die sagen nur unnötiges Zeug, was ich jetzt nicht vorlesen werde, weil manche Kraftwörter drin enthalten sind. Also reden wir mal mit dem Wirt. Ein Elfen Mann mittleren Alter steht hinter dem Tresen des Gasthauses. Er hat ein warmes, hoffenes Gesicht und lächelt freundlich zum Kurs. Willkommen, willkommen. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen. Setz dich, wo du möchtest, mein Freund. Mir scheint, du bist einen weiten Weg gewandert. Hier ist jeder willkommen, besonders jene mit interessanten Geschichten. Wer bist du? Ich hasse das zu sagen, aber wir können es uns nicht leisten, auf der Stelle zu verharren. Diese Glavantana schienen wegen irgendetwas verärgert zu sein. Könnte gut sein, dass wir hier nicht alleine sind. Die Plünderer sind bewaffnet und zum Töten bereit und wahrscheinlich sind nicht wenig von ihnen da. Wir können uns nicht im Schlaf überraschen lassen. Was? Der Text ist, glaube ich, deplatziert. Erzähl mir etwas über das Gasthaus. Natürlich. Elterions Gesicht hält sich auf. Ich habe das Gasthaus vor vielen Jahren gegründet, aber eigentlich beginnt seine Geschichte schon viel früher. Ich war gerade auf einer langen Reise nach Süden zurückgekehrt, als ich das erste Mal die Geschichte von dem Baum hörte, auf dem dieses Gasthaus ruht. Vor hunderten von Jahren geschah etwas seltsames. Der Himmel war an jedem Abend in Aufruhr. Unzählige Sternschnuppen waren zu sehen und einer dieser Sterne fiel in Richtung Eora. Er landete hier, ertraf einen jungen Baum und verkob sich in ihm wie ein feuriges Herz. Aber der Baum überlebte und mit den Jahren wuchs er und wuchs und wuchs doppelt so hoch wie seine Nachbarn in der selben Zeit, bis er so groß wurde, dass er wie er jetzt ist und aufhörte zu wachsen. Als ich die Geschichte hörte, wusste ich, dass ich die Wahrheit herausfinden musste und du siehst sie hier. Er deutete auch den großen Stein in der Mitte des Raumes. Um das Herz des Baumes herum baute ich dieses Gasthaus, um alle Reisende zu begrüßen, die ihn ansehen möchten. Ich freue mich immer neue Gesichter zu sehen. Setz dich, wo du möchtest, mein Freund. Mir scheint, du bist einen weiten Weg gewandert. Hier ist jeder willkommen, besonders jeder mit den interessanten Geschichten. Wer bist du? Na gut, der sagt uns nicht, wie er ist. Was hast du zu verkaufen? Gucken wir mal. Essen. Geisterspirale. Das sind Armschienen, okay. Und der Rest ist Essen und Zutaten, okay. Dann müssen wir dich mal entlassen und nehmen ihn wieder auf. Äh, hat das geklappt? Ja. Gut, soweit. Dann möchte ich jetzt einmal rasten, bitte. Ich hätte gerne ein Zimmer. Was haben wir denn da? Wanderersatempause 1 Entschlossenheit 1 Überleben. Himmelssweet, Macht, Verfassung, Entschlossenheit. Das klingt gut. So, alle schön gebufft. Jo. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal hier in dem Teil von Zwillingsulmen fertig um. Und dann gehen wir zurück nach Ulmenküste, um den Kopfgeldjägerauftrag zu machen. Und danach sehen wir weiter. Vielleicht kriegen wir neue Kopfgeldjägeraufträge, die wir machen können. Und wenn nicht, machen wir mal ein paar Nebenquests. Ich will nämlich zum Beispiel auch endlich die Drachenquests abschließen in den Feuerfällen. So, jetzt ist aber erstmal Nacht. Gucken wir uns mal. Ich würde mal sagen, wir gehen hier rum, gucken da rein in das Haus. Du benötigst den passenden Schlüssel, um dies zu öffnen. Okay. Oh, was ist denn das? Hallo? Dieser abgenutzten Stein war hundertelang Wind und Regen ausgesetzt. Ah ja. Hier laufen nicht die Straygears rum, als wäre es das Normalste überhaupt. Und lass mich raten, hier dürfen wir nicht vorbei. Der Waffenhaut sperrt hier mit seinem Sperr die Weg. Halt, ist Travor, der zutritt. Zum Rest der Stadt ist verboten. Wenn keine Erlaubnis eines der anderen Vater vorliegt, auf unbefugtes Betreten steht in Zwillingsulmen der Tod. Ja, ich könnte sagen, hübscher Spreer musst du vielleicht etwas kompensieren. Nein, wie erhalte ich die Erlaubnis der anderen Vater? Sie deutlich wieder wie ich auf eine lange Hütte in der Mitte des Bezirks. In der Passage der 6 findest du immer einen der anderen Vater. Vielleicht hört anderen Vater Bevel dich an, wenn sie deine barbarische Sprache ertragen kann. Hallo, ich bin ein Watcher, ein Wächter. Wer mit mir nicht sprechen will, der hat einen, gehöre ich an der Waffel. Aber da unten kommen wir schon mal nicht lang, okay. Stay here, das heißt, da oben werden wir auch nicht weit kommen. Die Kriegerin. Alle Stämme hier haben hier einen Ehrenplatz. Okay, der sagt wahrscheinlich jetzt dasselbe. Wie halte ich die Erlaubnis? Dialog beenden, okay. Okay, das heißt, ich brauche das gleich weiter versuchen. Ich kann mich hier unten noch umsehen. Auf der Seite des großen Kriegerhauses, der großen Kriegerhütte. Und ich werde mich hüten, die Glanfantaner zu beklauen. Die Glanfantaner. Noch eine Kriegerin. Dorolianer, um genau zu sein. Hier sind nur Jäger und noch mehr Jäger. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das Gebiet hier wieder ganz hübsch. So mit der Natur und allem. Und auch die Idee mit dem Wirtshaus in dem Baum oben, finde ich ganz cool gemacht. Der Ring ist versiegt, der Handel hat wieder begonnen. Und damit auch Tamras Ungeduld. Haben die was zu sagen? Wieder erst mal kommen, um unsere Mathematik zu studieren. Tieren. Okay. Ich wünsche dir grüne Spuren Estramur. Markt von Herdlied. Logis findest du im Gasthaus am südöstlichen Ende von Herdlied. Müde deine Zunge, wenn drei Stoßzahnsteige in der Nähe sind. Sie sind vielleicht reizbar. Okay, Stammesangehörige noch. Hier oben waren noch zwei Hütten, die wir besuchen könnten. Eine getigerte Katze schreckt aus ihrer Lethargie auf, weiß ich nicht, dass sie öffnet die Augen weit, beobachtet jeden deiner Schritte und strottet schließlich an deiner Seite und treibt sich an deinem Bein. Ja, so können wir auch Haustiere bekommen. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich meinen kleinen Drachen am coolsten finde bis jetzt. Was ist das? Der Schatten des Podests kriegt das Podium entlang. Hier sind noch mehr Stammesangehörige. Trotz seiner kuren Bauarbeit ist das Grasdach perfekt gleichwinklig. Die Aktivität im Inneren lässt es brummen und vibrieren. Wollen wir wissen, was da drin abgeht? Wir können noch die beiden Glavantanerhäuser betreten oder es wenigstens versuchen. Ja, in das können wir rein. Ich gehe zuerst in die Glavantanerhäuser. Die Kante des Regals ist mit Vogeltrick beschwert. Überall auf dem Boden wurden Samen und Hülsen verteilt. Wer bist du denn? Willkommen in meinem Heim, Estramo. Ich bin Lensi, Heilerin und Führerin. Was führt dir hierher? Erzähl mir etwas über dich. Die Stadtbewohner nennen mich eine weise Frau, gewiss ein Zeichen des Respekts, aber ich fühle mich dadurch alt. Ich bin Kräuterkundlerin und Heilerin. Ich verbringe meine Zeit damit, Kranke zu fliegen, Kinder auf die Welt zu bringen und ans Nein herzustellen. Dein Singvogel gefällt mir, hat er einen Namen? Welcher Singvogel? Ich sehe hier keinen. Ja, hat er, sie errötet. Aber ich hätte vielleicht nicht die Tochter meiner Freundin einen Namen aussuchen lassen sollen. Der Name ist etwas albern und lang. Er heißt Herr Fliedermann Schnabel. Sie verdreht die Augen und lächelt. Mein nächster Vogel benenne ich nach einem anderen Pfad. Ich sollte besser gehen. Okay, Herr Fliedermann Schnabel, aber wo ist dieser Vogel? Ich sehe ihn hier nirgends. Was war hier hinten nochmal gestanden? Die Kante des Regals ist mit Vogeldreck beschmiert. Achso, weil der Vogel hier irgendwo haust. Und alles vollkackt. Oh Gott. Zweihandener Kampferhafen richten den größten Pro-Treffer-Schaden an. Ja, die sind aber halt am langsamsten. Das ist ihr kleiner Nachteil. Okay, das finde ich immer ein bisschen blöd, dass man selber rauszoomen muss, wenn man ein Gebäude verlässt, weil der Gebäude gezoomt ist. Teilweise jedenfalls. Okay. Hier sind wir auf eine Gruppe Krieger gestoßen. Wie bei einem klumpigen Heumatratze gelegtes Felddecken. Die über eine klumpige Heumatratze gelegte Felddecken sind überraschend weich. Das wird weiches Fell sein. Und hier? Die getrockneten Kräuter zerbröseln zwischen deinen Fingern und geben einen süßen Blumenduft ab. Ach, das ist Alari, mit der Sonnenwege verhandeln. Eine alte Elfin steht aufrecht und stolz, umgeben von glaphanthalischen Kriegern, die jeder deiner Gewährung genau beobachten. Du sprichst in Renatus' Namen, nehme ich an. Ich wusste, er würde jemanden überzeugen, für ihn aufzutreten. Ich nahm nur nicht an, dass es der Estramur sein würde, der das ganze Chaos in Trutzbucht verwickelt. Okay, die ist gut informiert über uns. Sie neigt den Kopf zur Seite und blingelt es langlosam. Beunruhne ich dich, die Anwesenheit meines bewaffneten Gefolges? Du hast mit deiner weglosen Händlerin gerechnet, nicht wahr? Eigentlich nicht, die hat uns ja vor Wachen gewarnt. Alari hebt ihre mit Farbflecken gesprengelten Hände, als eine ihrer Wachen nach vorne stürzt. Stille, blaft sie ihren Adjutanten an. Gib dem Estramur Gelegenheit zu sprechen. Wir sind keine barbarischen Dürrwälder, hier herrscht die Gastfreundschaft. Ähm, sag das mal den Reiszahnleuten, die meine nicht-barbarische Karawane überfallen haben. Alari nickt dir zu. Sie hält eine offene Handtuch, ihre Handfläche und ihre Finger voller blauer und grüner Farbe. Gesandter des Valianers spricht die Botschaft, die du überbringen sollst. Ich will deine Seite der Geschichte hören. Der erste Schritt eines jeden vernünftigen Wegs, siniert sie, während sie sich am Kinn kratzt. Renato hat von mir mehrere Bündel Elad Gula gekauft. Er hat dafür einen hohen Preis bezahlt, doch das hat er willentlich getan. Er sagt, es wäre ein Schnäppchen, als er mir sein Kupfer überreichte. Nach unserem Handeln fing der Valianer an, Gift zu spucken. Alari stimme wird zornig. Renato hat mit der Täuschung bezichtigt des Betrugs. Er behauptet, ich hätte eine verweckte, ähnlich aus seiner Pflanze geliefert, nicht die echte Elad Gula-Wurzel. Diese Unverfrorenheit, denn in Wahrheit kann ihm auch die Elad Gula nicht mehr helfen. Sie hält einen blau gefärbten Finger in die Höhe, bevor sie ihn langsam nach unten senkt, lächelt. Renatos alter Bogen ist nicht mehr straff genug, um sich ganz spannend zu lassen. Auch ein ganzer Berg, Elad Gula, wird ihm nicht den Speer eines jungen Jägers verschaffen. Oh, wie böse. Es wurde ein gerechtes Geschäft getätigt und nun beschwert sich Renato zornig, dass sein rostiger Familienflug durch Heilkräuter nicht gerettet werden kann. Sie schüttelt den Kopf in ihrer Stimme zu einem Knurren. Noch niemals habe ich jemandem ein falsches Heilmittel verkauft. Wenn Renato sein verleumdnerisches Mundwerk nicht schließt, dann stopfen wir es ihm. Äh, an welche Bestrafung hattest du für Renato gedacht? Renato hat seinen Gastgeber vorunglimpft. Er ist hier nicht länger willkommen. Er muss aus Zwinisunem verschwinden. Sie verschränkt die Arme unter den Ärmeln ihrer Robe. Aber die glapfantanische Gastforschaft muss gewahrt werden. Immer. Er bekommt die Gelegenheit, auf seinen Füßen zu gehen, bevor er auf seinem Rücken blutet. Er teilt ihm in unserem Namen eine Warnung. Er hat aber auch den Empfehlern gesch초 복ogens. Er merkt. Er wird iPhones.